Hallo ihr Lieben, vielen vielen Dank für die großartige Teilnehmeranzahl, die unseren Glückskongress gestürmt hat. Glückskongress, der ist gestartet gestern am Welttag des Glücks. Es war super, es war so toll bereits, der erste Tag, aber wir haben ja gerade erst begonnen. Unser Glückskongress dauert ja elf Tage, heute kommt Tag zwei, aber gestern war bereits, erzähl mal. Ja, Samuel Koch, Bodo Janssen und unsere Glücksministerin Gina Schöler und sie haben uns geballtes Expertenwissen zur Verfügung gestellt. Und Glücks, es war sehr, sehr berührend. Und heute am Tag zwei haben wir Dr. Stefan Friedrich, Manuel Cortez, Bestseller, Autor, Influencer und wir haben Mentalcoach Antje Heimsüth. Lass dich wieder vollkommen von den Socken hauen mit den besten Glückstipps. Ja, weil gerade in diesen Zeiten, jetzt in dieser Krise, brauchen wir dringend Informationen, vor allem natürlich auch Hilfe und auch ein bisschen einen kleinen Anschub. Wie schaffen wir es in dieser Krise, in diesen Zeiten beseelt zu bleiben, glücklich zu sein, aber auch vielleicht unsere Visionen voranzubringen. Und da haben wir das große Glück, dass wir 33 Experten haben, jeden Tag drei, die uns ein bisschen helfen, die uns zeigen, welche Tools wir anwenden können, damit wir tatsächlich auch weiterhin unser Leben, auch in die Zukunft hinein leben können. Und es ist total gratis, kostenlos, kostenfrei, es kostet nichts, du musst kein Geld bezahlen. Du kannst einfach dabei sein und unsere Inhalte genießen. Wir haben den Glückskongress von Happiness House für dich gestaltet, damit wir alle gemeinsam als Gemeinschaft in dieser Krise in unserer Glückskraft bleiben können. Also, klicke auf den Link unten. Es ist komplett kostenfrei. Unten ist der Link, sei einfach dabei und wir freuen uns riesig auf dich. Bis ganz, ganz bald. Tschüss, tschüss.